so schon deutlich alpiner jetzt der raureif hat sich über die bergwelt gelegt na was gibt es denn zum frühstück very nice sehr gepflegt okay und frut für watermelon im joker everything's possible if you need travel in rinsuri i have experienced for many half of 16 years so 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 many people we know that rinsuri is a rainmaker but today we have a lucky weather so you can see even everything is now clear i'm going to teach you about the life of this plant this everlasting plant which takes 40 years when it is just fresh like that it opens when it is sunshine it closes when it's raining even at night it closes so it's plants they are called the blackberries and then when we are just in the treatment we don't eat them it is food for the bodies of the story uh this year from is very important the tracks flies insects in the rinsuri they get nectar Mit mir, du kannst dich nicht verloren in den Rezoren sein. Nun, wir sind in der 5. Zone, die Alpine Zone, die hat viele Sanacea und viele everlastige Pläne, die wir hier erklären wollen. Ich kann nur eines sagen, ein Tag besser als der andere. Der Rovenzori ist eine Schauer. Jeder Tag eine andere Vegetationszone. Woher gehen wir? Wir sind erst hier, auf der Bordwand. Dann gehen wir nach Bjuku. Der Name der Rekse ist Bjuku und der große Rekse ist Nuhazak. Hallo! Hallo! Hast du deine Cookings vorbereitet? Ja! Was wird es sein? Maisbier? Na? Matthias? Ein weiterer Tag ohne Regen. Am Regenmacher ohne Regen. Wir sind am falschen Berg. Wir sind keine Dauerduscher. Die Freunde des Dauerregens. Ich habe etwas anderes erwartet. Mir ist ein falsches Paket verkauft worden. Geld zurück! Nein! 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 Das schaut aber eher aus wie gefängnishaft am Rudel Zürich. Ich muss mal abschreiben, ja. So war das wahrscheinlich in den klösterlichen Schreibstuben früher. Nein! Du bist klinisch tot! Es pulsiert, schwankt! Das ist das Einzige geworden. Das ist das Einzige geworden.